Wir kaufen Taschenuhren aller namenhaften Hersteller, wie zum Beispiel A. Lange Söhne, Vacheron Konstantin, Patek Philipp oder auch Odemar Piguet. Hey, ich bin's wieder, Dirk Pühl, Ankäufer und Uhrmacher bei SG Watches in Oldenburg. Wir kaufen deine Taschenuhr von allen namenhaften Herstellern, egal aus welchem Herstellungsjahr. Auch hochwertige Großruhen kaufen wir selbstverständlich an, wie zum Beispiel Atmos von Jägerle Kultre, Stangenwerke, mechanische Handaufzucht, Stiluhren von Jägerle Kultre und und und. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Uhr nur die Zeit anzeigt oder ob Zusatzfunktionen vorhanden sind, wie zum Beispiel Repetition, Chronograph, Kalender, Mondphase oder sogar Grand-Komplikationen, wo ganz, ganz viele dieser Funktionen in einer Uhr verbaut sind. Wir kaufen auch defekte Uhren an und wir reparieren auch eure Uhren. Wenn eure Uhr mal bei einem Uhrmacher war, der gesagt hat, das kann man nicht mehr machen, das stimmt nicht. Wir sind in der Lage, einzelne Teile des Uhrwerkes anzufertigen, damit ihr wieder Spaß an eurer Uhr habt. Wir seien alle herzlich willkommen in unserem Ladengeschäft hier in Oldenburg. Wir freuen uns auf euren Besuch.